Ja, ja. Ja, moin und herzlich willkommen zu eurer neuen Runde an Showdown. Nee. Ja, unterwegs bin ich mal wieder mit dem Mr. Hyde. Ja, ja. Diesmal nichts Leises mit. Ja. Mal kurz hier reingucken. Nur Hand-Dollar diesmal. Ja. 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 Da kriegt er oder schlägt was? Hier sind zwei, oder? Hier war noch keiner. Hier habe ich gleich mitbekommen. Hier habe ich zu sehen, aber nicht die. Hier habe ich mitbekommen. Das ist schade. Ich wollte sagen, da rennt er doch jetzt eigentlich los. Das ist schade. 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 Und jetzt muss ich со Kraft haben. Das ist schade. Und dann sind die Schläge. die ausgänge sind ja ein bisschen entfernt frage ob man da überhaupt ran muss ich habe es nicht nur ein schiefen Mhm. Das war nast. Mhm. Ja. Ja. Ach, die laufen schon da. Zwei? Naja, einer steht hier, aber der steht mir nicht lange genug. Ich will schon wirklich treffen. Weiß ich, hab bloß einen Schuss. Ganz vergessen. Der hat uns weiter einfach nur angeguckt. Oh, feiern Bogen. Mhm. Er wollte bestimmt sein Kumpel jetzt. Nein, nein. Oder doch? Nur getroffen. Bogen war gespannt. War hier hinter. Da kommt auch was. Mhm. Ich hab mal ein großes Bogen gemacht. Ich hab mal ein großes Bogen gemacht. Das ist egal, nichts. Ich auch nicht. So, das ist jetzt ein Immo weiter zu ihm rüber bewegt. Ah, da. Ich glaube er hat gehoben, ja. Jetzt ist Immo und Zombie hinterher. Die hat Probleme gegen den Immo. Die hat Probleme gegen den Immo. Die sind jetzt weiter nicht mehr. Ich glaube jetzt sind die auch fertig. Die sind da immer tot. Naja. Das mach ich. Oh, das ist insieme. Oh, das ist insieme. Ein Bogen hinterher ist so geil. Ich höre Schritte. Irgendwie aus der Richtung. Ja. Da ist sie. Aber ihn seh ich nicht. Hat der Radniger von uns? Ne. Ach man, ich wollte auch gerade. Alles gut. Du hast halt schneller. Mal gucken, wo er hin ist. Ja, aber wo ist der Kollege mit dem Bogen hin? Ich hab auch irgendwo von da drüben geschossen. Ich hab auch irgendwo von da drüben geschossen. Meinst du, er ist noch dort? Also auf dieselbe Stelle so ungefähr? Weiß ich nicht. Du musst ja gleich merken, wenn ich drüben. Ja, dann seh ich's aber nicht durch Bogen. Ja, das stimmt. War der heller? Ja. Ja, das war dieser, dieser Kane, der verrückte. Der halbnackte, sag ich jetzt mal. Weiß nicht, ob... Ah? Dass dahinter ein Zombie ist. Komm, wusch noch mal weg. Ah, hier läuft einer. Da hinterm Baum. Sehen wir aber nicht. War leider wieder kein Kopftreffer. Aber er sieht mich. Ah. Bis jetzt näher kommen. Darum war gegangen. Breit genau reingegangen. Zum Beispiel. In die Hütte oder was? Ja. In die Hütte? Ja, da oben. Da oben sind. ich bin doch wieder irgendwo im wasser, wenn ich das richtig gehört habe also eher unten da kam der zu, der feige hier angeflogen auf dem können wir sagen das war ein bisschen sturm das ist ausgebrannt nur noch die Leuchttacke kann man jetzt natürlich nicht mehr durchgucken so hey ok das Bounty Team kommt da auch nicht raus wenn sich Rönerbock nützen wegnehmen vielleicht keine Ahnung wo der hin ist, ne? man sieht ja wirklich nichts ok ok so 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 auf jeden Fall läuft da drüben auch jemand im Matsch ah ja da äh genau hinter der Treppe unten oben habe ich einen damit habe ich natürlich unserem anderen Gegner geholfen so der gerade hochgeht da gibt gerade einer hier zu geben auch weg ja ja das Bounty Team hätten wir schon mal da ist nur noch der eine ja der geht jetzt gerade rein der von hier oben ist weg ja der ist hier ok der ist im Compound drin ich habe jetzt gerade ein so'n Ding geschnappt hm ja Schlange? ne habe ich nicht ne es sind zwei zwei sie wechseln ne der andere liegt noch ich sehe ihn hier da liegen ach so ach so der liegt noch ja stimmt der liegt hm die Schlange mit ich bin wieder nur gehittet ich bin wieder nur gehittet das ist hier über mir ah ja was ist der mit fein und bogen? ja ach das nervt so glaub ich beides mit Blutung ne hm ach ich bin hinterm Baum man hm ok er hat gerade seine letzte Sekunde verballert schade der blutet gerade aber ich sehe ihn nicht doch jetzt oh ich habe da was fliegen gesehen ne ich brenne nicht also ne ne er wollte sich rächen er wollte sich rächen jedesmal nur ein Hit jetzt hätte ich auch gedacht er wäre auf den Kopf aber irgendwann kann der ja auch keine Heilung mehr haben lass doch mal da sitzen jetzt jetzt ist er weg Mann ey aber es geht ums Ergebnis, oder? ja zumindest wissen wir dass das kein Solo war also übrigens Stacheldraben und Co müssen wir allgemein aufpassen wegen Fallen er ist auch in welche reingetreten du hast mal den weg zum Beispiel eine ja entschlossen halt fallen lassen ach ja hier oben liegen dann drei okay das lass ich mal hier auch noch nicht machen so schön alle meine Opfer aus der Runde liegen zusammen haha wo der Rest liegt so ja vielleicht auch mal okay ist alles clear hier ist alles clear ausgelöste Fälle hier liegt jemand noch jemand ähm alle bei dir ja? ja ja hier bei dem weißen Haus einer drinnen im Haus also irgendwo weiter siehst du gleich wenn du reinkommst und der andere ist hier außen kann nichts weiter aufnehmen toll ein an 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 Na gut, war doch gar nicht so schlecht. Nö. Ach, da war auch überall Draht. Ach komm, hier war nicht. Kann man noch ein bisschen, entweder zurück oder nach oben gehen. Können wir nach oben gehen. Hm. Obwohl, da ist mehr Wasser, ne? Ja. Ja. Dann können wir hier noch irgendwie andere Farmen, vielleicht ist da noch ein dicker. Ja. Ich glaub den Immodem mach ich mal. Hm. Hier ist auch ein dicker. Ist auch zwei Granaten dabei. Hm. Kohle, ne? Jo. Ja schon. Ja schon. Okay. Okay. Ach ja, wenn wir ein bisschen da sind. Ach, da oben. Vielleicht ist da oben ja wieder ne Kasse. Ich bin voll ne blöde Hive. Die dreht sich weg. Ach. Aua. Das merk ich mir. Sollt vorbeischießen, wenn... Ist nach rechts euer ordentlich ein Trait. Na, Plattiermeister hab ich auch schon. Da hab ja noch Heilung. Oho, voll runter. Oho, voll runter. Das haben wir gesammelt. Hast du die Dicken bei der Kirche gemacht? Nee, ne? Nee. Da waren ja auch ein oder zwei. Wie sieht das denn an? Da oben ist die Geldsäckchen. Mhm. Na, was war ich da hoch? Oh. Nö. Ja, nix. Na, der ja auch nicht. Sehr sparsam hier. Hm. Na, wir haben ein Geldsäckchen. Na, wir haben ein Geldsäckchen. Hm? Okay. Na, wir haben ein Geld. Na, wir haben gehotДекс weg. Apa die酒? Auf? Was ist das? Was ist das? Ich bin noch was zu werfen, ich nicht Nee Rote Fass ist hier Und sonst noch, nix Ach, da war ein Fass Vielleicht kommt er ja noch näher Geht's mal? Nee Auch so ein geiles Hals Ja, schön 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 Ja, schön